Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Kakarot, von Gohan am Start. Wir sollen uns hier um die Dinosaurier kümmern, der da gegen die Wand läuft. Zack, zack, zack. Okay, ich will mich jetzt angreifen. Er ist besiegt. Dino-Fleisch bekommen. Kann ich jetzt noch verkloppen? Nee. Das war schon die Mission. Okay. Oh, die müssen wir verteidigen gegen die Roboter. Natürlich. Der Schwester vermuten, Roger helfen doch immer. Zack, 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 zack. Mal sehen, was der Gohan so drauf hat. Sie waren ja leicht zu besiegen. Maseko. Oh, sorry, abgeschlossen. Ja, wir finden auch immer so Geschenke, die können wir dann unseren Community-Leuten geben, um die aufzuleveln. Kriegen wir Geschenke und die dann stärker und so. So, sonst noch Nebenmissionen? Nö. Dann gehen wir erstmal zur Hauptstory. Mr. Piccolo wird jetzt verkloppt. Jetzt geht's los. Jawohl. Oh, Trikot ist schon wesentlich stärker als die anderen. Was können wir noch? Meteor Vorschlag haben wir. Okay. Meteor Vorschlag haben wir. Okay, da macht nicht alle. So, Gohan ist wirklich gar nicht so gut am Anfang. Man muss ja auch gegen Piccolo kämpfen hier. Aha, okay. Jawohl. Also klar, ich war ihm voraus, aber ich habe das Gefühl, er konnte mir blocken. Oh, die können wir hier noch platt machen. Jetzt können wir ja auch fliegen. Ja, du kommst ja gar nicht ran. Okay. Kau o. Tino-Fleisch, nicht schlecht. Okay, da will fighten. Ja, die sind ganz schön schwach Level 3 Ausgelöscht Auf der Map gibt es immer mal solche Da kann man ein paar Kuhl abgreifen Manchmal ein paar Items Den Pool denn hier Noch mehr Roboter Wie sie genannt haben Berserker Gegner sind von Finsteren Blutroten Auchen umgeben Und wesentlich stärker Schalte sie auf eigene Gefahr aus Ja, das sind so Endite Gegner Die fetter sind als die normalen Und dafür kriegt man aber auch Gute Belohnungen Achenko Oh, daneben Hundert Kugeln von jeder Farbe Was ist das? Was ist das? Okay, jetzt kommt diese Basen Basen erscheinen jetzt im Feld Mit Basen können mit Kierexplosionen zerstört werden Und hinterlassen Gegenstände Halte Augen offen Okay Okay, dann machen wir den erstmal platt Der ganze Turm eingestürzt Power Protein Okay Gibt es sonst noch was? Nö Anscheinend kriegt man die Sachen sofort Oh, gibt es aber viele Elite Gegner Wollen wir mal einen machen Komm, wir machen mal den hier Dann können wir den Turm noch weg machen Ganz schön böses Leuchten Okay Wie stark seid ihr? Was? Level 29 Holy Shit Okay Das ist mir zu stark Kann ich fliehen oder so? Lass mich in Ruhe Ich habe mich rangebeamt Sofort tot Und dann sollten wir uns eine Elite Gegner und fern halten Weil die sind Level 30 Und das ist mir etwas zu stark Das schaffe ich noch nicht Level 30 Ey, ich bin Level 6 Piccolo Trink mich auf Level 30 Los Er kriegt erstmal auf die Fresse Bist du nackern? Bist du nackern? Massenko Massenko Kurze aufladen Volle Power Jawoll Durch die ganzen Felsen zu hoch Die mach ich fertig Oh, die habe ich gerade noch erwischt Gerade so Power Shark Ausweichen Ausweichen Glocken Und auf die 12 Ausgelöscht Alle wäre auch nötig Alles mit S abgeschlossen Alles mit S abgeschlossen Sehr schön Vor allem Vor allem Also Piccolo 10.000 Son Goku 140.000 Son Gohan 9 Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal